KONCHEKT Die KONCHEKT-Gruppe wurde im Jahr 2000 gegründet, hat mittlerweile neun Niederlassungen. Wir erwirtschaften mittlerweile 18 Millionen Euro Umsatz mit 150 Mitarbeitern. Es sind ca. 175.000 Anwender auf unserer Plattform tätig. Erfreulicherweise ist der Auftragseingang um 25% von 2010 auf 2011 gestiegen, vor allen Dingen in Deutschland und in den osteuropäischen Ländern. Nachhaltigkeit liegt uns dabei immer am Herzen. Unsere Applikationen sind CO2-neutral und wir unterstützen und beraten unsere Kunden bei der Zertifizierung ihrer Gebäude. Führende DAX-Unternehmen haben KONCHEKT seit vielen Jahren im Einsatz und sparen dadurch Zeit und Kosten. Mehr Informationen unter www.concheckt.com